Musik Es war alles gut bei dir? Perfekt. Schönen Dankeschön. Schönen Dankeschön. Musik Hauptsächlich haben wir hier Schweizer Gäste. Also zum Wandern, vor allem im Sommer oder auch zum Skifahren. Das ist ein schönes Familien-Skigebiet. Musik Der Lift wird sehr stark genutzt von den Gästen. Vor allem, wenn sie in die verschiedenen Etagen gehen. Zum Skiraum, zum Whirlpool oder im Wellnessbereich. Oder eben auch wenn sie ankommen oder mit dem Gepäck ankommen. Dadurch, dass der Gast immer wieder in den Lift kommt, von den Zimmern oder ins Restaurant geht, können wir ihm hier nicht zu viele Informationen zeigen. Er sieht natürlich nicht bei jeder Fahrt alles. Aber schlussendlich so viel Zeit, wenn er da drin verbringt, hat er alle Informationen mitbekommen. Jedes Mal, als er wieder reingekommen ist. Von unserem Computer aus, an der Rezeption, können wir den ganzen Monitor steuern. Das heisst, das Menü können wir ganz einfach ändern. Ein Klick, dann auf Speichern. Und schon nach ein paar Sekunden ist es im Lift ersichtlich. Oder aktuell haben wir gerade wieder so Events im Malbau. Dann mache ich da einfach ein Medium hinzufügen. Gehst du noch viel zu, dann bohren sie gleich. Bis zum Schluss 2021 bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.